so freunde willkommen zurück zum neuen part das war erstmal tortur bis wir den eingang gefunden haben bzw ich stelle mich ziemlich helle an aber naja dann müsst ihr euch dran gewöhnt tut mir wirklich sehr leid so wo sind wir denn hier das sieht schon mal sind ziemlich vielversprechend aus hier mit dem danschen der eingestürzten höhle was sind das kann ich irgendwas nieder kann ich nichts nehmen was zur hölle werden falle ja holztür schließen ach so ne lasse ich lieber offen bevor ich dann nicht mehr zurückfindet fast leer warum guck da rein wenn es kessel holztür die holztür was ist denn hier ist so viel ziegenkäse mh lecker der liegt ja am boden den will ich natürlich nur das soll weg ist hier noch irgendwas was gibt vielleicht ein paar aufs maul mein freund lieblinge oh was ist das für ein freak spinnenfreak ja komm her du bist eh schon ziemlich angeschlagen und tschüss eismagier landing hexenrabenklaue wenn ich das mitnehme ach starb boah heftig 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 wieviel der wert ist dann haue ich mal die ganze rüstung hier auf jeden fall mal raus was könnte ich noch ich glaub den schild oder r ich hau ihn mal raus ich brauche ihn ich benutze ihn eigentlich so gut wie nicht äh so gut wie gar nicht äh deswegen kann ich da irgendwas lernen ne kann ich nicht leider äh was haben wir hier mitnehmen lederstreif die kann man auch mal mitnehmen äh was ist das ne was gibt es denn hier noch schönes oh seelensteile die nehmen wir auf jeden fall mit mich taktiken aha was haben wir denn hier zack kartoffeln zack kartoffeln ja den brauchen wir auf jeden fall äh gegrillter lauch noch irgendwas bier irgendwas wertvolles schädigtes buch fass tomaten nein tomaten der gut bezahlte tomatenreinleger na das 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 kennen wir ja jetzt schon äh was zur Hölle hallo lebt das wie ich irgendwie noch irgendwie nicht oder so ein kleiner bug was ist denn da äh krug ne brauche ich auch nicht was und das was und das auch nicht raus oder ja hab mir jetzt ein bisschen mehr erhofft vor allem weil hier nämlich ne hier zeigt das gar nicht hin dann raus hier was wollen wir denn dann hier drin aber wir haben jetzt 1000 gold bekommen durch diesen stab also wenn wir den dann verkaufen müssen wir dann mal zum schmied oder zum magier ich weiß nicht genau da gehen wir dann auf jeden fall mal nach weißlauf das werden wir auf jeden fall mal machen in den nächsten parts ähm ja warum lass mich raten nein hm das ist jetzt griffliche Botschaft was ist denn unsere Hauptquest eigentlich die hier oder dran an die Bücher ähm seine sehr bekannte Aufenthaltsort ist die Festung von Deppin die Festung Dämmerlicht also hier also müssen wir da rein in diese Festung äh wo ist denn diese Festung warte mal wenn ich jetzt hier hin gehe bin ich dann ja dann bin ich hier dann muss ich ja da rein das ist doch keine Festung habe ich da irgendeine Tür übersehen oder so das ist für mich eine Ruine oder ein kleiner Dungeon oder so habe ich hier irgendwas übersehen hallo Festung die ist ja schon wieder offen aber wir machten die die ganze Zeit auch hier ist nee war keiner ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen dass ja spinne ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen dass äh dass es das war ich bin doch irgendwie nur irgendwie echt blind oder ich bin hier so vorbeigelaufen und so wieder zurück und habe den Eingang hier gar nicht gesehen ja warum nicht was aha ja irgendwann aber fertig gut rüber ähm Ausdauer mitnehmen beistellte ich kann mir da na das ist nicht viel aber warum zur Hölle habe ich diese Tür nicht gesehen mysteriös äh jetzt in hier weiter reisenkriegshammer boah lederstreifen davon haben wir jetzt auf jeden Fall mal genug Truhe ewig keine Truhe mehr aufgeschlossen ja das merkt man glaube ich so jetzt aber nicht schlecht nicht schlecht müssen aber auf jeden Fall mal hier ist aber nicht mehr oder oder ist hier noch irgendwas geht es hier noch weiter da komme ich nicht durch nee wie sieht es hier aus hier geht es auch nicht weiter ich soll ja diese Bücher finden aber ich finde die gestohlenen Bücher aber welche gottverdammten Bücher hier sind so viele Bücher ok hier jetzt gerade nicht äh dann gehen wir mal nochmal zurück wo die ganzen Bücher waren ähm wo lang wo lang wo lang hier nee das waren die auf jeden Fall jetzt schon mal nicht ist hier irgendwas ist auch nichts beschädigtes warum habe ich das jetzt mitgenommen weg beschädigtes Buch das ist auch ein beschädigtes Buch weil hier sind doch keine keine von diesen Büchern mh hat der vielleicht noch irgendwas warum hat der jetzt plötzlich wieder so viel ach dem habe ich das da ah ok dem habe ich das unter untergejubelt ah ok ok das habe ich verstanden äh ist hier vielleicht noch irgendein Gang wo es entlang geht was ist das hier das sieht mir ziemlich nach Geheimtür aus oder nirgendwo ein Schalter sehr kurios oh auch nicht schlecht was wie sieht es hier aus nee auch nicht boah das ist gerade ziemlich blöd ich weiß es echt nicht entweder ich bin blind oder ich finde das einfach nicht aber für Festung da ist ja eine Festung abgebildet und hier ist der Pfeil Festung Dämmerlicht vielleicht sollte ich mal da hingehen genau zu dem Festung Dämmerlicht zu diesem Teil hier Schlüssel erforderlich Schlüssel erforderlich der Typ aber da drin hatte keinen Schlüssel wird der hier einen Schlüssel ne auch nicht welche Quest sind jetzt überhaupt die Hauptquest äh was wie sieht es mit dem aus ok das können wir auch mal machen Goldiglau haben wir auch noch nicht fertig das verschieden ist das sollte ich mal rausnehmen oder was haben wir denn da noch aber da waren wir ja schon begibt sich der Akademie vom Winterfeste dann könnten wir mal die hier so lang machen ja mach ich einfach mal eine andere Quest mal sehen werden wir mal schauen ähm vielleicht wisst ihr da mehr warte Festung von Dämmerlicht Kerker ich geh da jetzt auf jeden Fall nochmal rein ich finde die geschworenen Bücher das sind drei Stücke das ist nicht eins das sind drei also müssen darauf irgendwelche sein das gibt es doch nicht ich bin gerade ziemlich verzweifelt ähm rein da ok ich schaue jetzt mal ich suche jetzt mal alles ab ich schaue jetzt mal es schaue jetzt mal alles ab ich sage jetzt mal alles ab fragen ich glaube nicht